So, als Farbkonzept für die Inneneinrichtung, da habe ich... Okay, ist das so lieb, dann kommt mir nicht an die Wand. Natürlich nicht. Was hast du denn eigentlich so schnell herbekommen? Vom Kasten. Ja, der hat dir das Ding hier einfach geschenkt, oder wie? Ne, ich musste mit ihm schlafen. Wieso? Das war ein Scherz. Also, ich finde, da müsste was mit mehr Feuer ran, weißt du? So ein strahlendes Gelb, so ein leuchtendes Orange oder ein Rot. Was denn? Die Farben sind voll im Kommen. Ja, und die würden auch super zu Olis Klamotten passen. Bitte, bitte, ich finde dieses Orange hier echt gar nicht so schlecht. Guck mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020